Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik. In dieser Sendung sind wir in Amerikas Westen zu Gast. Wir fahren durch die reizvolle Sierra Nevada. Und damit Sie sich auch ganz emotional auf diese Sendung einstellen können, hier der Titel. Viel Vergnügen mit Dampfwolken im Bonanza-Land. So ähnlich sah es schon vor 100 Jahren in der Sierra Nevada aus, als der tägliche Personenzug der Virginia and Truckee Railroad von der Hauptstadt Carson City in die berühmte Goldgräberstadt Virginia City bereitgestellt wurde. Die alte Bahngesellschaft strahlt heute im neuen Glanz mit einem Dampfhoss aus Kalifornien. Sie ist wirklich eine gute Lok, die 1914 gebaut worden ist und die ursprünglich bei der Cloud River Railroad in Kalifornien im Einsatz stand. Vor drei Jahren kam sie dann hierher. Nach der Ankunft musste unsere Werkstatt-Crew etwas Arbeit in die Lok stecken. Aber jetzt läuft sie sehr gut. Dampflok Nummer 18 ergänzt gleich ihre Wasservorräte für die anstrengende 90-minütige Bergfahrt hinauf nach Virginia City. Der 100-jährige Oldtimer wurde 1914 von den Baldwin-Werken in Philadelphia an die McLeod River Railroad in Kalifornien geliefert. Inzwischen ist sie der Star auf Nevadas berühmtester Eisenbahn, auch Bonanza Railroad genannt, und ihr Meister ein Lokführer aus Leidenschaft. Meine Vorfahren wohnten im frühen 20. Jahrhundert hier in der Gegend, als die alte Virginia an Truckee Railroad noch in Betrieb war. Ich bin schon lange großer Eisenbahn-Fan und auch meine Eltern mögen Züge sehr. Das hat mich schon als Kind zu diesem Hobby gebracht. Ich arbeite auch sehr gerne in der Werkstatt, wo wir beispielsweise die Lager unserer Loks selbst ausgießen und überholen. Aber auch der Dienst als Lokführer macht mir sehr viel Spaß. Es ist einfach toll, mit einer unter Dampf stehenden Lok zu arbeiten. Und auch die vielen Besucher, die eine Fahrt mit der wieder auferstandenen Virginia an Truckee erleben wollen, ziehen es vor, den Ausflug in die Vergangenheit hinter einem Dampfrost zu unternehmen. Der lokale Sheriff darf bei einem solchen Andrang natürlich nicht fehlen. Schießereien sind heutzutage allerdings, ganz im Gegensatz zur Bonanza-Epoche, nicht mehr zu erwarten. Und so macht mancher Fahrgast in diesem Zug zum ersten Mal Bekanntschaft mit der Western-Era. Pünktlich, geräuschvoll, aber gemächlich, verlässt der Dampfzug die vor den Toren von Carson City gelegene Station-Mount aus. Kurz danach rattert als Brandkontrolle der sogenannte Speeder los. Bonanza Railroad. So wurde diese reizvolle Bahn von Anfang an genannt. Offiziell hieß sie Virginia and Truckee Railroad. Deren Hauptaufgabe es war, ab 1870 Silbererz aus den Big Bonanza-Minen rund um Virginia City abzufahren. 1938 war der Boom zu Ende. Die Bonanza-Bahn wurde abgebaut, aber sie blieb in den Herzen der Bevölkerung lebendig. Die Region rund um Carson City gehört zu den romantischsten Gebirgslandschaften im Westen der USA. Ein Juwel ist der Lake Tahoe, ein knapp 500 Quadratkilometer großer See, tiefblau und umrandet von Kiefernwäldern. Ganz in der Nähe findet sich die Ponderosa Ranch aus der Bonanza-TV-Serie, aber auch ein anderer berühmter Ort liegt nur einige Kilometer vom See entfernt. Squall Valley. Im Jahr 1960 Schauplatz der 8. Olympischen Winterspiele. Damals nahmen 30 Länder mit 665 Sportlern teil. Im Vergleich zu heute eine beschauliche Veranstaltung in einem romantischen Tal, wo man den Mythos Olympia immer noch spüren kann. Ein Teil des Olympischen Dorfes ist erhalten geblieben und beherbergt heute ein Hotel. Deutschland war seinerzeit mit einer gesamtdeutschen Mannschaft am Start und landete auf Platz 2 der Nationenwertung. Ganz oben auf dem Siegertreppchen standen Heidi Bibel, Helga Hase, Georg Thoma und Helmut Recknagel. Auch 5 Jahrzehnte später zieht Squall Valley sportbegeisterte Besucher an. Und zwar im Winter und im Sommer. Wir wandeln weiter auf den Spuren von Bonanza mit unserer Virginia & Truckee Railroad. Im Schritttempo arbeitet sich Lok 18 die 22-Promille-Steigung hinauf ins Comstock-Gebirge. Aufgrund ihrer Ölfeuerung hat es der Heizer nicht ganz so schwer, den nötigen Dampfdruck zu halten. Heute zählt die wieder aufgebaute Stammstrecke zu den größten Attraktionen des Silver State Nevada, der inzwischen vielerorts vom Tourismus lebt. Im Jahr 1959, als die erste Folge von Bonanza produziert wurde, lagen in Virginia City zwar keine Gleise mehr, dennoch hatte sich das Städtchen viel vom Flair der alten Goldgräberzeit bewahren können. Aus der Fabrik, in der Mitte des 19. Jahrhunderts Apfelwein und Essig für Virginia City hergestellt wurde, entstand ein knappes Jahrhundert später Edith Palmer's Country Inn. Ein Restaurant, das auch oft und gern von den Bonanza-Schauspielern besucht wurde. Little Joe, Hoss, Adam und Ben Cartwright sind mit ihren Widmungen in der Gaststube noch allgegenwärtig. Das Bonanza-Team kam hierher und besuchte dieses Lokal, das damals Edith's Country Inn hieß. Es gibt ein Bild, wo alle auf der Terrasse ihre Drinks und den tollen Nachmittag genießen. Später haben sie dann hier im Haus in der sogenannten Cider Factory zu Abend gegessen. Die Bonanza-Darsteller waren oft in Virginia City, zum Teil um einzelne Stadtszenen zu drehen, aber auch um an Festen und Paraden teilzunehmen. Es hat ihnen hier einfach sehr gut gefallen. Haben Sie die vier gekannt? Oh nein, ich habe sie nie getroffen. Damals war ich noch ein kleines Mädchen. Dennoch hat sich Laysa Findlay intensiv mit der Geschichte von Virginia City beschäftigt und mit dem Begriff Bonanza, der aus dem Spanischen kommt und in etwa mit Goldgrube übersetzt werden kann. Eine der Minen hier in Virginia City hieß Bonanza-Mine. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es heißt, damals hätten die Leute dann einfach Bonanza gerufen, wenn sie Gold gefunden haben. Die Minen waren wirkliche Goldgruben und die Bahn warf ordentliche Gewinne ab, sodass man sich so prachtvolle Loks wie die Inyo leisten konnte. Dieses imposante Dampfhoss wurde 1875 von Baldwin an die Virginia and Truckee Railroad geliefert. 1910 erfolgte der Umbau von Holz auf Ölfeuerung. Nach 51 Jahren Zugdienst wurde die Inyo im September 1926 abgestellt, aber nicht verschrottet. Eine weise Entscheidung, denn die boomende Filmindustrie Hollywoods suchte wenig später händeringend nach passenden Lokomotiven für ihre Western-Filme und so avancierte die Inyo ab 1937 zum Filmstar. Sie wirkte in mehr als 20 Hollywood-Filmen mit, unter anderem in Union Pacific oder dem John Wayne-Western McClintock. Nach dem Ende ihrer Filmkarriere kam sie als eines der ersten Exponate in das neu gegründete Nevada State Railroad Museum in Carson City. Das Museum wurde ungefähr vor 25 Jahren gegründet und es gehört dem Bundesstaat Nevada, der hauptsächlich die Finanzierung übernimmt. Dazu kommen noch private Spenden. Es gibt auch viele ehrenamtliche Mitarbeiter, wie mich. Seit Jahrzehnten eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, die zu einem der interessantesten und lebendigsten Eisenbahnmuseen der USA geführt hat. Wie im gesamten Wilden Westen spielte die Eisenbahn auch in Nevada eine entscheidende Rolle für die Entwicklung dieser Region, was die vielen Besucher anhand zahlreicher speziell gestalteter Themenbereiche perfekt nachvollziehen können. Die Erinnerung an die berühmte Virginia and Truckee Railroad und an deren Loks, die in Filmstudios überlebt hatten, war übrigens der entscheidende Anstoß, dieses Museum zu gründen und aufzubauen. Die Virginia and Truckee Railroad wurde in der Zeit um 1870 gebaut, um das Silber, das in Minen rund 50 Kilometer von hier entfernt geschürft wurde, ins Tal nach Carson City und dann weiter nach Reno und zu den großen Banken in San Francisco zu bringen. Das war der einzige Grund. Silber und Gold mussten zu den wohlhabenden Banken transportiert werden. In der Blütezeit der Minen verkehrten bis zu 40 Züge täglich. Es gab 361 Güter und zehn große Personenwagen. Ab 1871 liefen Schlafwagen sogar bis San Francisco durch. Haupteinnahmequelle war aber der Güterverkehr mit bis zu 40.000 Tonnen pro Monat. Der letzte Zug zu den Minen fuhr 1938. Die Bahn selbst wurde dann 1950 stillgelegt. Kaum eine der Virginia and Truckee Dampfloks wurde verschottet. Die meisten gingen wie die Inyo in die Filmindustrie und später an das Museum in Carson City. So auch Lok 25, eine dreifach gekuppelte Schlepp-Tender-Lok von Baldwin aus dem Jahre 1905. An ausgewählten Tagen dampft diese Lokarität im Museum an der historischen Station Vobosca entlang. Rund 65 Fahrzeugexponate befinden sich inzwischen im Bestand des Nevada State Railroad Museum. Diverse sind betriebsfähig, damit das Publikum die frühe Bahngeschichte live erleben kann. Nach der Stilllegung der Stammlinie Carson City-Wirginia City fuhren die Züge der Virginia and Truckee noch zwölf Jahre auf der Talstrecke Reno-Carson City-Minden. Meist als dampfgeführte Güterzüge mit angehängten Personenwagen. Daneben sitzte man schon früh auf kostengünstige Triebwagen. Ein ungewöhnliches Einzelstück war die Nummer 22, ein vierachsiger sogenannte McKeen-Motorwagen. William McKeen war um 1900 bei der Union Pacific Chef der Lokomotivabteilung. Er suchte nach Wegen, den teuren Dampfbetrieb in Personenverkehr auf Nebenstrecken abzulösen und gründete die McKeen Motor Company. In futuristischem Design mit spitzer Front- und Bullaugen entstanden so innerhalb von zwölf Jahren 152 Triebwagen. An ausgewählten Tagen ist der McKeen-Wagen eine der großen Attraktionen des Museums. Im originalgetreu erhaltenen Bahnhofsgebäude ergänzt passende Live-Musik die nostalgische Atmosphäre. Als letzter McKeen-Car lief Wagen 22 bis 1945 in Nevada. Der alte Motor basierte auf dem technischen Stand von 1909. Mit der jetzigen Maschine geht es natürlich viel einfacher. Um die Fahrtrichtung zu wechseln, musste man den alten Motor ausmachen und die Nockenwelle manuell umstellen. Da bin ich schon froh um den modernen Antrieb. Oh Lord, take us please. Na Keen-Car 22 hatte übrigens als Gartenhäuschen. Nach über zehn Jahren Rekonstruktionsarbeit konnte das einmalige Fahrzeug dann im Mai 2010 zu seinem 100. Geburtstag wieder in Betrieb genommen werden. Bis auf den Motor und das Getriebe ist alles originalgetreu wiederhergestellt worden, inklusive der komplizierten Kraftübertragung auf das Antriebsdrehgestell. Der McKeen-Car ist wirklich laut und sieht auch sehr futuristisch aus. Dabei ist er doch sehr alt. Ursprünglich wurde er von einem großen Benzinmotor angetrieben, der noch viel lauter als der jetzige Dieselmotor war. Als der Triebwagen damals planmäßig nach Virginia City fuhr, zahlte man Zuschläge für die Sitze im hinteren Teil, um möglichst weit weg vom lauten Motor zu sitzen. Nicht nur die Lärmentwicklung war ein Grund dafür, dass die McKeen-Cars letztendlich kein Erfolg waren. Vor allem die damalige sehr anfällige Motortechnik, die aus dem Schiffsbau stammte, und der nicht nur deshalb sehr hohe Unterhaltungsaufwand ließen die Bahngesellschaften bald wieder zur bewährten Dampftechnik zurückkehren. Aber optisch ist der McKeen-Triebwagen auch 100 Jahre später noch eine Augenweide. Die Virginia & Truckee setzte bis zum Schluss auf die Dampftraktionen. Für moderne Dieselloks hatte man Ende der 1930er Jahre schlicht kein Geld, denn die Bahn hatte bereits ab 1924 keine Überschüsse mehr erwirtschaftet. Dass der Betrieb dann noch so lange weiterlief, war dem damaligen Besitzer Orgen Mills, einem Enkel des Bahngründers, zu verdanken. Dass es heute wieder Gleise hinauf nach Virginia City gibt und ein attraktiver Touristikverkehr tausende Besucher jährlich anzieht, geht ebenfalls auf einen einzelnen Bahnenthusiasten zurück. Und auf die Tatsache, dass die Bahntrasse und das Gelände des früheren Lokbahnhofs in Virginia City nicht anderweitig benutzt wurden. Virginia & Truckee, die Werkstatt. Nicht von 1870, sondern von heute. Mein Vater kam 1986 hierher nach Virginia City. Er war ein großer Fan der alten Virginia & Truckee. 1938 hatte er als 17-Jähriger die letzte Fahrt von Carson City nach Virginia City mitgemacht. Ende der 1960er hatte er dann begonnen, ehemalige Bahngrundstücke aufzukaufen. 1974 entstand unsere Halle, kurz danach erwarb er die Namensrechte der Bahn. Am 2. Juli 1976 startete er wieder den Dampfbetrieb auf einem kurzen, wiederaufgebauten Streckenstück. Und das wurde dann allmählich verlängert, bis hinunter in eine andere alte Goldgräberstadt namens Gold Hill. Erst kürzlich kauften wir diese drei Pullmanwagen und arbeiteten sie auf. Die alten Sitze, die Oberlichter, die Klingelschnur und die originalen Gepäckablagen. Für unsere täglichen Fahrten, rund vier Kilometer teilabwärts nach Gold Hill und zurück, benutzen wir aber hauptsächlich die offenen Wagen. An den Wochenenden in der Saison verkehren die Dampfzüge. Sie befahren inzwischen wieder die rund 20 Kilometer lange Strecke, die von Mount House nach Gold Hill für einen zweistelligen Millionenbetrag 2009 wieder aufgebaut worden ist. Rund eineinhalb Stunden dauert die eindrucksvolle Bergfahrt nach Virginia City. Das ehemalige Goldgräberstädtchen zählt heute noch rund 800 Einwohner. Zu Zeiten des Goldrausches waren es bis zu 30.000. Wahrscheinlich wäre auch Virginia City zur verfallenen Ghost Town geworden, wenn eben nicht die TV-Serie Bonanza die Region weltberühmt gemacht hätte. Möglicherweise befriedigte Bonanza damals die Sehnsucht der Zuschauer nach einer überschaubaren Welt in der wilden Umgebung längst vergangener Tage. Inzwischen kommen rund zwei Millionen Besucher pro Jahr in diesen abgelegenen Winkel Nevadas. Virginia City pflegt mit großem Engagement das Image einer gut erhaltenen Goldgräberstadt. Fast alle Gebäude wurden mustergültig im Stil der alten Zeit restauriert und stehen heute unter Denkmalschutz. So zum Beispiel das ehemalige Gericht oder auch Pipers Opera House aus dem Jahr 1885. Allerdings nicht mehr an alter Stelle steht das schmucke Bahnhofsgebäude aus dem Jahr 1870. Die Bahn führte ursprünglich in einem Tunnel, der längst zugeschüttet wurde unter der Sixth Street hindurch. Sie endete direkt unterhalb des Stadtzentrums. Der einstige Güterschuppen hat überlebt und allerlei Artefakte erinnern dort an vergangene Zeiten. Die faszinierende Geschichte des Mining-Booms rund um Virginia City entdeckt man am besten bei einer Bahnfahrt hinunter nach Gold Hill. Vom offenen Wagen aus bieten sich eindrucksvolle Blicke auf stillgelegte Minen, große Abraumhalden und andere Relikte aus der Goldgräberzeit. Ein Bahnmitarbeiter gibt während der Fahrt über Lautsprecher fachkundige Erklärungen zur kurzen, aber sehr erfolgreichen Geschichte des Bergbaus in dieser Region. Vom Zug aus lässt sich allerdings kaum erahnen, unter welchen Umständen die Arbeiter in den Stollen schuften mussten. Das erfährt man dann in der Collarm Mine, die nach der Stilllegung teilweise für Besucher geöffnet wurde. Diese Mine war eines der größten Bergwerke in Virginia City. Hier wurde Silber und Gold im Wert von 18 Millionen Dollar gefördert. Das war damals eine so unglaublich hohe Summe, dass eine Aussage, wie viel das heute wäre, kaum zu treffen ist. Köpfe einziehen. Den Hoch sind die Stollen nicht. Vor allem Querbalken verengen das Profil. Wobei eine Beule nicht lebensbedrohlich ist. Andere Dinge schon. Ein sehr großes Problem stellte die immense Staubentwicklung dar. Dieser Staub enthielt Silikonpartikel, die mit der Atemluft in die Lunge gelangten und die furchtbare Gesteinsstauberkrankung verursachten. Viele Bergleute starben. Und so hießen die Minen bald Witwenmacher. Wenn man eine Zeit lang diesen Bedingungen ausgesetzt war, wurde man krank. Die Bergleute nannten das Leiden Rocks in the Box. Diese harten Zeiten sind längst Geschichte. Wie die großen Gold- und Silbervorkommen am Kamstok rund um Virginia City. Wobei man als Hobby-Goldwäscher immer noch fündig werden kann. Gold-Panning. Goldwaschen für jedermann. Ursprünglich war es eine mühselige Angelegenheit. Doch für die Touristen ist es Unterhaltung. Verbunden mit der ganz heimlichen Hoffnung, vielleicht doch ein Riesen-Nugget zu finden. Dies ist jedoch wesentlich unwahrscheinlicher, als einen Sitzplatz im Zug zu ergattern. Der Diesel-Zug oder Twink. Die Historic Route, wie die Bahn ihre Pendelfahrten nach Gold Hill nennt, verkehrt in der Saison siebenmal pro Tag. Ein Höhepunkt ist dabei jeweils die Durchfahrt durch den Tunnel Nummer 4, kurz vor dem Bahndepot. Der war ursprünglich verfüllt worden und musste vom Besitzer mühsam mit Hand und Spaten wieder freigelegt werden. In Schrittgeschwindigkeit läuft der letzte Dieselzug des Tages in der heutigen Endstelle von Virginia City ein. Noch macht das Städtchen einen verschlafenen Eindruck. Aber das kann sich schnell ändern. Mit Einbruch der Dunkelheit entwickelt sich in Virginia City ein quirliges Nachtleben. Wo die Kumpels in alten Zeiten ihr Geld in Salons vertranken und sich mit leichten Mädchen vergnügten, ist heute Party für die Touristen angesagt. Virginia City, mitten im Bonanza-Land, mit einer Vergangenheit, wie sie lebendiger kaum sein könnte und einer außergewöhnlichen Bahngeschichte. Virginia City, mitten im Bonanza-Land, mit einer Vergangenheit, wie sie lebendig sind. inen Sherman Benjamin Jim Benjamin